Vor einigen Wochen haben wir uns zusammen ja bereits das Olivenöl als eine Basis für eine mediterrane Ernährung angeschaut. Und heute nehmen wir uns einmal die Blätter vor, mit denen man wunderbar einen Tee machen kann. Aus gesundheitlicher Sicht halte ich persönlich Olivenblatt-Tee immer noch für völlig unterschätzt. Denn während das Olivenöl in aller Munde ist, kennt kaum jemand die naturheilkundliche Wirkung der Blätter. Also, wir ändern das heute. Mehr dazu, wie immer direkt nach dem Intro. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Mein Name ist Dr. Fabian Mutach. Ich bin promovierter Biochemiker und Gründer von Selventrix. Und wenn Sie Inhalte zu den Themen Ernährung, Gesundheit und einem gesunden Leben im Allgemeinen interessieren, dann abonnieren Sie doch jetzt diesen Kanal. Denn ich verspreche Ihnen eines. Einfachere und günstigere Gesundheits- und Ernährungstipps, die werden Sie sonst wahrscheinlich nirgends finden. Das Olivenöl ist in aller Munde und als Basis einer mediterranen Ernährung natürlich auch nicht mehr wegzudenken. Die mediterrane Ernährung, die ist übrigens die einzige Ernährungsform, die nachweislich das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes und einige Krebserkrankungen senkt. Zumindest eben nachweislich und in der Literatur beschrieben und bestätigt. Das Olivenöl ist hierfür eine wichtige Basis. Aber Sie können nicht einfach nur die Oliven essen oder eben das Olivenöl, eben die weiterverarbeiteten Oliven, sondern auch die Blätter werden seit Jahrhunderten im Mittelmeerraum als pflanzliches und natürliches Heilmittel genutzt. So ein Olivenbaum ist ein wahres Kraftpaket, der hunderte von Jahren alt werden kann und durch seine kräftigen Wurzeln optimal an das mediterrane Klima angepasst ist. Und auch bereits Hildegard von Bingen soll den Überlieferungen nach im 12. Jahrhundert einen konzentrierten Olivenblatt-Tee zu schätzen gewusst haben. Eingesetzt zur Behandlung von Magen- und Darmbeschwerden, aber auch bei Bluthochdruck. Seither ist das naturheilkundliche Wissen um Olivenblätter in Mitteleuropa allerdings weitgehend verloren gegangen. Und das sollte doch mal Grund genug für uns sein, dieses alte Wissen wiederzubeleben und mit der Forschung der letzten Jahre auch einen genaueren Blick darauf zu werfen. Um einen Olivenblätter-Tee herzustellen, werden die Olivenblätter einfach in einem Tee-Ei oder Tee-Sieg übergossen und für ca. 10 Minuten ziehen gelassen. Je länger Sie den Tee ziehen lassen, desto kräftiger wird er natürlich und je mehr kommt auch diese bittere Note zum Vorschein. Aber das gilt ja nicht nur für Olivenblatt-Tee. Da ich auch häufiger Nachrichten bekomme, welche Lebensmittel oder Nahrungsergänzung ich selbst nutze, habe ich weiter unten in der Videobeschreibung auch einfach mal den Olivenblatt-Tee, der Olivenblätter-Tee verlinkt, den ich selbst und in Bio-Qualität kaufe. Und wenn Sie den Olivenblatt-Tee nicht pur trinken möchten, können Sie ihn auch verfeinern, z.B. mit etwas Honig, Zitrone oder Minze, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Der Olivenblatt-Tee ist besonders durch seinen extrem hohen Gehalt an Polyphenolen gesundheitlich interessant. Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die wir uns gleich noch genauer anschauen. Auch im Olivenöl finden wir diese Polyphenole, der Gehalt ist aber in den Blättern mit Abstand am höchsten. Dazu kommt auch, dass die Polyphenole besonders gut wasserlöslich sind. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Löslichkeit im Öl ist ziemlich begrenzt. Und deshalb ist ein Olivenblatt-Tee auch optimal, um die Polyphenole aus den Blättern zu extrahieren, also herauszuholen. In den Blättern finden wir eine komplexe Mischung aus verschiedenen Polyphenolen und auch aus anderen Pflanzenstoffen. Besonders hervor stechen dabei das Hydroxythyrosol und auch vor allem das Oloeuropäin, nicht ganz einfach auszusprechen. Und die finden sich in besonders hohen Konzentrationen in den Blättern. Momentan dürfen offiziell keinerlei gesundheitsbezogene Werbeaussagen zu Olivenblattprodukten gemacht werden. Olivenblatt-Tee wird als Lebensmittel verkauft, Olivenblatt-Extrakt wird als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige interessante wissenschaftliche Untersuchungen zum gesundheitlichen Nutzen von Olivenblatt-Tee und auch Olivenblatt-Extrakten. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Hydroxythyrosol und Oloeuropäin wirken antioxidativ und entzündungshemmend. Wenn man versteht, dass Entzündungsreaktionen im Körper die Basis für eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten sind, dann versteht man auch das Potenzial von entzündungshemmenden Substanzen und Stoffen. In kleineren Studien an Tieren und den Menschen konnte man unter anderem bereits Cholesterinsenkende, Blutdrucksenkende und vor allem auch Blutzuckerregulierende Wirkungen von Olivenblatt-Extrakten beobachten. Außerdem konnte man zeigen, dass das Oloeuropäin die Autophagie, also die zelleigene Reinigung, fördert und das könnte potenziell zumindest einen positiven Einfluss auf unsere Langlebigkeit haben. Größere Studien, die diese Ergebnisse bestätigen, die fehlen momentan. Aber andererseits muss man auch sagen, sie können ganz einfach ohne großen Kosten und ohne große Mühe ein Olivenblatt-Tee regelmäßig zubereiten. Wirkliche Nebenwirkungen sind, sofern man natürlich den Konsum im Rahmen hält und nicht nur noch Olivenblatt-Tee trinkt, nicht bekannt. Das heißt, sie können den Olivenblatt-Tee ganz einfach ausprobieren und sich auch selbst ein Bild davon machen. Besonders interessant ist auch, dass ein Olivenblatt-Tee im Gegensatz zu grünem oder schwarzem Tee kein Koffein enthält. Das Koffein in Tee ist zwar im Gegensatz zu Kaffee an sogenannte Gerbstoffe gebunden und wird deshalb nur langsam vom Körper aufgenommen, aber nichtsdestotrotz verträgt eben nicht jeder Koffein gleich gut. Das liegt übrigens daran, dass es auch bestimmte genetische Varianten gibt, die dazu führen, dass manche Menschen Koffein nicht so gut abbauen können. Bei einem Tee aus Olivenblättern brauchen Sie sich darum, keine Gedanken zu machen. Olivenblatt-Tee ist daher auch etwas, das man auch gut abends trinken kann. Ich zum Beispiel trinke morgens gerne eine Tasse grünen Tee und abends dann eine Tasse Olivenblatt-Tee. Am Abend getrunken wird dem Olivenblatt-Tee übrigens eine entspannende und auch schlaffördernde Wirkung zumindest nachgesagt. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein gesundheitlich interessantes und vor allem nicht allzu bekanntes Lebensmittel ein wenig näher bringen. Wenn Sie andere spannende und auch gesunde Lebensmittel kennen, die nur wenig bekannt sind, schreiben Sie mir doch mal einfach mal einen Kommentar weiter unten und ich nehme das Thema dann auch gern auf meine Themenliste für ein eigenes Video auf. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im kommenden Video. Bis dahin, alles Gute, Ihr Dr. Fabian Mutach. Bis dahin, alles Gute, Ihr Dr. Fabian Mutach.